Dr. Susanne Eisenmann ist Präsidentin der Kultusministerkonferenz und die Kultusministerin Baden-Württembergs. Im Interview erklärt sie, warum es ihr wichtig ist, die berufliche Bildung zu fördern. Frau Eisenmann, als Schwerpunktthema für Ihr Präsidentschaftsjahr haben Sie die berufliche Bildung gewählt. Was sind Ihre Ziele für 2017? Wir stellen jetzt die berufliche Bildung in diesem Jahr deshalb in den Mittelpunkt, weil es vielfältige Themenbereiche gibt, die man da bearbeiten muss. Themen wie, können wir unsere Kinder in den Schulen stärker auf die berufliche Orientierung hin unterstützen. Bei der Berufswahl die Frage der Digitalisierung, wie schaffen wir es in den beruflichen Schulen auf die moderne Arbeitswelt hin auszubilden. Aber natürlich auch Themen wie, integriere ich Jugendliche mit Fluchterfahrung in den Bereich des Arbeitsmarkts. Also es sind vielfältige Bereiche, die wir da bearbeiten wollen, die wir dann zum Ende des Jahres auch in einem Strategiepapier zum weiteren Vorgehen gültig dann für ganz Deutschland festfassen wollen. Aber ich glaube, die berufliche Bildung hat es verdient, dass man sie nach über 20 Jahren mal wieder in den Mittelpunkt der Kultusministerkonferenz stellt. Die berufliche Bildung hat in Deutschland in den letzten Jahren stark an Beliebtheit eingebüßt, weil viele junge Menschen lieber studieren wollen. Wie will die KMK da entgegenwirken? Also das ist richtig. Wir müssen zunächst mal wieder deutlich machen, dass eine berufliche Ausbildung absolut gleichwertig ist mit einer akademischen Ausbildung. Da ist manches ein bisschen verrutscht. Und deshalb ist es ein Thema. Wir gehen beispielsweise mit Auszubildenden in Schulen, um für Berufe zu werben. Wir haben in Baden-Württemberg das Fach Wirtschaft jetzt für alle Schularten verbindlich eingeführt, um auch hier die Bedeutung und die Möglichkeiten, die eine berufliche Ausbildung, eine duale Ausbildung mit sich bringt, stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Und dann brauchen wir natürlich auch die Eltern, die bei der Berufswahl des Kindes ein bisschen mehr sehen, wie nur ausschließlich ein Hochschulstudium. Welche Eindrücke nehmen Sie von der Didacta 2017 mit? Tolle Eindrücke. Ich war jetzt die ganzen Tage nahezu komplett hier. Viele Diskussionen, Standbesuche. Man nimmt sehr viel mit, auch durch Gespräche. Aber man kann sagen, Digitalisierung ist ja ein Schwerpunkt der Didacta. Ja, toll, was alles für Möglichkeiten da sind. Interessante Entwicklungen. Man sieht die Grenzen aber auch. Wo gibt es noch Probleme? Wo müssen wir auch ein Stück weit vorsichtig sein? Da bietet die Didacta 2017 einen tollen Einblick. Und deshalb kann ich nur empfehlen, tolle Veranstaltung, war ein großer Erfolg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017